Hi und herzlich willkommen auf DeineMightsLive! Ich bin froh, dass es mir jetzt wieder besser geht. Ihr habt es ja gesehen. Gestern wegen den Unterleibsschmerzen. Ich hatte heute immer noch welche. Ich habe mich auch dann nochmal irgendwie hingelegt, obwohl ich schon längst wach war, weil ich mir nochmal eine Tablette reingepfiffen habe und mir dann wieder so schwummerig wurde. Aber jetzt ist wieder so einigermaßen okay. Jetzt stehen die letzten Vorbereitungen vor Tokio an. Daniel ist gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Hallo! Isst du da etwa deinen Mittag? Mal hab ich schon, lass mal mit Kinder reden. Du riechst auch extrem nach Magie. Findest du? So Magie und Schokolade. Geil, oder? So richtig, als würde ich Schokolade vergammelt oder so richtig was. Entschuldigung. Guten Hunger! Baby, ich werde dich vermissen. Ich auch. Warum habe ich die Wii im Po? Aber es rutscht wieder hier. Nur zehnmal Pizze in den Ofen schieben. Schau, wie ist der da? Zwölfmal. Zwölfmal. Oh oh. Wollen wir so viele Pizze nirgeln? Nein. Ach ja, apropos Pizze in den Ofen schieben. Oder Backofen generell. Guck mal, was ich geschafft habe. Ja. Nein, ich habe mich nicht geboxt. Das ist wirklich... Klar hast du dich geboxt. Ja, mit dem Backofen. Mit dem Postbote. Mit dem Backofen. Ich habe Nachos gemacht. Also so Nachos mit Käse bestreut. Und so richtig geil Kalorien. Und ähm... Zwei Tage später holst du mir die Ohren und so. Ich will den Kalorien mehr essen. Kohlenhydrate. Manche. Da habe ich mich mega kras verbrannt. Aber es heilt schon. Und du, was machst du? Ich schreibe bei der Mama. Mhm. Was sagt die Mama? Na nichts. Ich habe nur noch gefragt, wie weit sie im Flur sind. Die Eltern von ihm renovieren gerade deren Flur. Und da zockst du wieder mal in die Karte oder was? Nee, das ist zufällig angegangen. Das ist... Ja gut, dann kann ich ja jetzt zocken. Das ist Lars Wiener davon. Ich bin fleißig dabei zu schneiden. Und zwar das Video für Donnerstag. Das, was wir gestern begonnen haben. So wie ihr es gesehen habt. Das, was wir gestern begonnen haben zu schneiden. Also ich mache jetzt gerade den Feinschliff. Der Gruppsschnitt steht bereits. Und es ist mega lustig. Ich habe Daniel gerade geweckt. Der ist nämlich gerade eingepennt. Der hat nämlich gerade so ein Mittagsschläfchen gemacht. Und der wollte jetzt duschen gehen. Und dann wollte ich gerne zu meinen Eltern fahren. Und ich wollte ihn eigentlich gerne mitnehmen. Nur er weiß da noch nichts von. Eigentlich wollte ich auch meine Nägel machen lassen noch vor dem Urlaub. Ey Leute, ey, wir haben Dienstag und ich fliege übermorgen. Und guck mal, wie meine Nägel aussehen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Der ist in der Mitte so durchgerissen. Außerdem sind die schon wieder viel zu lang. Obwohl zu lang noch nicht mal. Aber irgendwie, ich will wieder was Neues. Das Problem ist, dass mir Lina eingetrichtert hat. Ja, guck mal, warum willst du die nicht in Japan machen lassen? Die können das doch da bestimmt richtig geil. Ich spiele echt mit den Gedanken, mir dort die Nägel machen zu lassen. Aber ich weiß halt nicht, ob das da so cool ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, ich fliege ein komplett anderes Land. Und ich weiß nicht, wie es da ist. Und dann mit ungemachten Nägeln dorthin ist doch auch mega beschissen. Weil der Nagel ist ja kaputt. Wären die alle nur rausgewachsen. So wie jetzt. So wieder einen halben Kilometer. Dann wäre es ja noch nicht mal so schlimm. Aber der Nagel ist ja halb abgebrochen. Deswegen muss ich da irgendwie hin. Ich glaube nicht, dass ich es heute noch schaffen werde. Weil die haben nur bis 19 Uhr auf. Und alleine möchte ich auch nicht gehen. Mal schauen. Vielleicht mache ich es morgen. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich gerade, als ich Daniel gewenkt habe, Außensüßigkeiten-Schrank. Ein Kinderriegel geholt. Und ein Duplo. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr cooler findet. Oder nein, noch cooler. Wir nutzen diese Kommentarfunktion hier oben. Nee, Kommentar- und Abstimmungsfunktion. Duplo oder Kinderriegel? Lustig. Ich fahre jetzt doch Nägel machen. Ich habe gerade mit Lina geschrieben, habe sie gefragt. Und haben wir uns jetzt gerade spontan dazu entschieden, doch noch da hinzufahren. Was ich sehr gut finde, weil ich muss morgen generell noch mega viel erledigen. Und ich muss auch noch Sachen kaufen und so. Deswegen ist doof. So, ich bin jetzt in der Stadt und es pisst aus Eimern. Und Lina ist auch dabei. Ich bin sehr nass. Sie ist mega nass. Ich habe wenigstens noch eine Kapuze und sie nicht. Und meine Nase läuft. Machst du deine Nägel wie immer? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich schaue mal. So, ich bin wieder zu Hause und ich bin gar nicht zufrieden mit meinen Nägeln. Schau mal. Guck mal. Sieht rund aus, ne? Der hat nämlich Gel drüber gepackt. Guck mal, normalerweise sind das so wie so eckige Diamanten, ne? Aber der hat Gel drüber gepackt und jetzt sehen die alle rund aus. Ich habe 49 Euro für die Scheiße bezahlt. Guck dir mal hier das Gel an, wie krumm meine Nägel aussehen. Siehst du das? Das finde ich so... Ja. Hier auch, guck. Das ist rechts viel dicker als da. Ich gehe da morgen nochmal hin. Und sagt denen das, dass ich das gerne so haben möchte, wie ich das haben wollte? Oder? Das ist natürlich echt Scheiße. Ich habe fast 50 Euro dafür bezahlt jetzt. Das ist viel Geld. Ja. Dann will ich das auch so haben, wie ich das wollte. So, und das Ding ist, die haben so lange gebraucht. Um 7 Uhr haben sie eigentlich geschlossen, ne? Wir saßen ein Viertel nach immer noch da. So, dann wollte ich nicht sagen, hier, mach nochmal. Ja, ja. Da es so lange gedauert hat, bin ich für mich und Daniel bei der Pommesbude vorbeigefahren. Schnitzel mit Malu für mich und für Daniel. Ich bin jetzt echt angepisst. Ich will das nicht haben. Wir müssen ja morgen hinfahren. Guckt mal, das sollte eigentlich glitzern. Und das glitzert nicht. Das waren so richtig, das waren diese typischen so Diamanten, die so geschliffen sind. So eckige, eckige Diamanten. Dann hat der Gel drüber gepackt. Gibt es irgendwelche Menschen unter euch, die das verstehen? Oder die vielleicht so Nageldesigner sind? Gibt es da nicht einen Weg, dass der kein Gel drüber macht? Weil jetzt sind alle Steinchen, die da drauf sind. Oder vielleicht einfach nur Dörr. Und es ist jetzt tatsächlich publik, dass ich nach Tokio fliege. Also jetzt gerade ist ja das Video online gegangen und ich bin happy, dass es endlich raus ist. Jetzt kann ich auch endlich offen darüber reden mit euch. Ich musste ja die ganze Zeit die Schnauze halten. Ich sitze gerade vom Fernseher, hinter mir spielt die Sandy. Was spielst du? Mario Kart. Mario Kart. Und ich drücke gerade Champions League, Juventus gegen Bayern und Barcelona gegen Arsenal London. Barca, Barca. Charles? Ja. Wie funktioniert das nicht, wenn die Wellen kommen, dass ich Gas geben kann? Wenn die Wellen kommen? Du meinst, dass du den Noss bekommst? Ja. Ja, wenn du auf der Kuppe bist, musst du springen. Ganz einfach. So, ich habe mich jetzt ein bisschen abreagiert und Mario Kart gespielt hat nichts gebracht. Bin immer noch pissig. Ich sollte gerade Daniel ein Glas holen. Ich habe mir aber alles eingeschüttelt in mein Glas. Ihr müsst mir auf jeden Fall für morgen die Daumen drücken, dass die mir das auch machen, ohne dass ich draufzahlen muss, weil dann zeige ich dir den Vogel. 50 Euro, ey. Ich stehe jetzt hier im Büro und gucke der Sandy über die Schulter, wie sie das Video geschnitten hat. Und ich muss zu dir, sie hat echt viel, viel, viel von mir gelernt. Das ist echt gut geworden. Ich verabschiede mich für heute. Ich gehe ins Bett, weil ich muss morgen früh um 5 Uhr wieder aufstehen. Die schneidet weiter und wird euch bestimmt noch weiteres erklären. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss. Bis morgen, Schatz. Gut noch. Schnaf gut. Danke, du auch bitte. Ja, ich komme noch. Machen wir sie dann noch. Ja. Boah, Leute, das ist so krass. Morgen ist eigentlich der letzte Tag in Deutschland. Und ihr glaubt gar nicht, was ich noch alles machen muss. Ich meine dadurch, dass ich das jetzt mit den Nägeln morgen unbedingt machen möchte. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Es ist so, ich mega unter Zeit rückstehe. Ich habe die Koffer noch nicht gepackt. Ich muss meine Wäsche noch waschen. Dann, wie gesagt, ich muss halt in die Stadt. Dann muss ich das noch machen. Dann muss ich noch zu meinen Eltern, weil ich das heute nicht mehr geschafft habe. Den hatte ich abgesagt. Dann habe ich gesagt, ich soll morgen vorbeikommen. Dann müssen wir morgen noch einkaufen und Sachen besorgen, die ich noch für die Reise brauche. Ich weiß gar nicht, wie ich das morgen alles auf die Kette bringen soll. Und ich habe mir die Kommentare unter dem Video angeguckt. Also von dem gestrigen Video. Als ich euch erzählt habe, dass ich nach Tokio fliege. Und ich freue mich so, dass ihr euch für mich mitfreut. Und dass ihr euch generell freut, dass ich filmen kann. Und ich freue mich mega krass darüber, dass ihr euch freut. Wir sehen uns in einigen Sekunden wieder bestimmt total übermüdet. Es ist jetzt bereits halb eins. Also mitten in der Nacht. Und bin jetzt fertig mit dem Video. Und ich renne das gerade raus. Und habe jetzt vor, wenn ich das noch schaffe und ich nicht anpenne, diesen Block hier jetzt noch zu schneiden. Damit ich das morgen früh nicht mehr machen muss. Weil, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel zu tun morgen. Drückt mir die Daumen. Ich hoffe, ich schaffe das. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass euch dieser Block gefallen hat. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Hier oben gelangt ihr zum letzten Vlog. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Tschüss.